Musik Der Aachener Studiengang Medical Data Science ist ein interdisziplinärer und interprofessioneller Studiengang an der Schnittstelle von Medizin und Informatik. Unser Anliegen ist es, Wissen und Menschen miteinander zu vernetzen. Und dafür haben wir hier in Aachen ein hervorragendes Umfeld mit dem Institut für Medizinische Informatik der Uniklinik RWTH Aachen und dem Institut für Informatik an der RWTH Aachen. Musik Dieses Studium bietet Ihnen viele Vorteile. Zum einen ist er der Erwerb, die Vertiefung und die Weiterentwicklung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen. Diese Qualifikation hilft Ihnen, neue Stellen und Karriereoptionen zu entwickeln. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, während des Studiums ein professionelles Netzwerk aufzubauen, das Ihnen bei beruflichen Herausforderungen hilfreich ist. Musik Die Aufgabe des Medical Data Scientists ist, die ganzen Daten, die wir im Gesundheitswesen und in der Medizin generieren, zu veredeln. Also das heißt, daraus Mehrwerte zu schöpfen. Das kann in der Forschung sein, wo man guckt, können wir daraus neue Erkenntnisse gewinnen. Das kann in der Industrie sein, wie können wir das in Produkte umwandeln. Das kann aber auch bedeuten, dass wir wirklich direkt am Krankenbett, bei den Patienten oder beim ärztlichen oder pflegerischen Personal, die Entscheidungen und Prozesse unterstützen und verbessern. Musik Ein Medical Data Scientist muss die komplette Kette der Informationsverarbeitung kennen und die Methoden kennen, wie man dann diese Daten verarbeiten kann. Das fängt an mit der medizinischen Dokumentation. Wo entstehen die Daten? Wie werden sie erfasst? Und am Ende natürlich auch die ganz große Frage, welche Methoden gibt es, diese Daten zu analysieren? Das geht von der klassischen Statistik bis hin zur künstlichen Intelligenz. Bewerben können sich Absolventinnen und Absolventen eines Studiums der Medizin oder der Life Sciences sowie Absolventinnen und Absolventen mit einem Studium im Bereich der MINT-Fächer, also Informatik, Mathematik, Naturwissenschaft, Technik. Voraussetzung ist eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Gesundheitswesen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für den Studiengang interessieren und sich bewerben würden, an dem ersten Studiengang teilzunehmen. Wenn Sie Fragen zu dem Studiengang haben, können Sie sich gerne an uns wenden.